ja geklappt endlich das erste produkt das online verkauft wurde eine cd von sting war und ich freue mich natürlich auch sehr unser publikum hier im studio und wir schauen mal wie sich das publikum heute entschieden hat was sie glauben hat sich wohl rumgesprochen oha oha ich könnte mal weniger haben nein ich bin der dickere von den zweiten der eine unterschied die richtige antwort gibt es 500 euro hier ist die wand die zwölf kategorien sind heute also schule bleibt für dich weil das fragezeichen total genial clever was bin ich zeichen und im labor ok wie immer darf das team die erste kategorie werden wie immer darf das nicht unbedingt das nächste mal sollten wir festhalten dass wir links um ich meine er verändert den farbstoff der tinte indem er die tinten moleküle aufbricht wie jetzt weil du kannst das auch mit zitronensäure machen meine ich hinter dem prinzip des tintenkillers steckt eigentlich nur ein da fehlt ein l anders als der name vermuten lässt löscht dieser die blaue tinte nämlich nicht sondern entfärbt sie nur die spitze des killers entfällt ein gleichmittel oft natriumselfit oder eine andere schwefelhaltige verbindung dieses verändern kann so eine sauklaue jetzt nicht das blauen farbstoff und macht ihn in folge unsichtbar also die sonne ist rein theoretisch auch nur ein kinder welche kategorie ist denn zur eröffnung satt was nehme ich denn mal was möchtest du gar nicht haben das ist mir so scheiß egal machen dann nehme ich er kann mich immer einkaufen warte ich bin klug es gibt keine frage die mich rund zum untergang bringen kann so jetzt habe ich es gechingst ob beim einkauf mit der ec karte die pinnummer oder eine urschrift gefordert wird ist abhängig vom betrag 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 Lea, du bist gespannt, wie es endet. Mit einem ganz großen Knall. Hallöchen, mein Hase. So, die Werbung sollte vorbei sein. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ich warte jetzt nur darauf, dass Fuhai zurück ist. Kannst du es ruhig einloggen. Ah, okay, gut, da war ich mir jetzt nicht sicher. Du kannst beim Kreditinstitut, kannst du einstellen lassen, ab was für einem Betrag eine Sicherheitsabfrage fällig ist. Bei mir ist es eingestellt bei 50 Euro, glaube ich. Von Hause aus macht das das Kreditinstitut oftmals so, dass die das bei 20, 25 Euro so um den Dreh einstellen. Zum Schutz. Du kannst das aber ändern lassen. Okay, aber ich bin jetzt erstmal nur davon ausgegangen, wie er standardmäßig ist. Dann abmäßig hast du ja einen gewissen Freibetrag. Nein. Meine ich nämlich nicht. Ich meine, dass das obliegt dem Händler, wie er das macht. Beziehungsweise dem Cash-Terminal-Anbieter. Ich meine nämlich, dass das bei uns random ist und nicht vom Institut oder sonst was abhängig ist. Okay. Ich bleib trotzdem mein B. Naja. Wir haben B eingeloggt. Wir schauen, ob das auch wirklich, wirklich, wirklich stimmt. Ob PIN oder Unterschrift. Es handelt sich um zwei verschiedene Zahlungsverfahren. Bei der Unterschrift kommt es zum ELV, dem elektronischen Lastschriftverfahren. Das ist für den Händler mit dem Risiko verbunden, dass das Konto des Kunden eventuell nicht gedeckt ist. Bei der PIN-Eingabe ist die Zahlung für den Händler garantiert. Für diese Sicherheit zahlt der Händler aber 0,2% des Kaufpreises. Wie der Kunde nun bezahlen muss, entscheidet jeder Händler selbst, ob nun günstiger oder sicherer. Oh, okay. Krass. Es bleibt bei 0 Euro. Ja, gut. Ich hab das halt nicht mehr, weil ich das alles mit dem Fingerabdruck auf dem Handy mache. Also bei mir ist es immer mit PIN scheinbar automatisch. So. Ähm, dann nehme ich. Ein Glück ist die Frage nur, ob ich mehr als 0 Euro gewinne. Hm. Da ist es nämlich egal, ob ich nur eine richtig hab oder sechs richtig hab. Ich nehm, was bin ich? Sehr speziell. Wo spielen Angstnippel eine Rolle? A. Bei Motorrädern, B. In Horrorfilmen oder C. Bei Fernbedienungen. Angstnippel? Was meinst du? Ähm, Flasagne. Also entscheiden die das dann im Moment an der Kasse? Also bei unserem System ist es tatsächlich so, ähm, dass es zufällig ist. Ähm, aber du... Bei Rossmann auch. Du kannst es aber auch einstellen, wie es ja gerade erklärt wird. Also bei Aldi, also zumindest bei unserem Aldi hier ist das so, da musst du immer ne PIN eingeben, je nachdem, also ne, ab dem, ab einem gewissen Betrag. Und bei Rossmann ist es unterschiedlich. Da kann es mal sein, dass du PIN eingeben musst oder das du dann halt mal unterschreiben musst. Hm. Ich weiß nicht, ob die denn noch gleich eine Stufe eintragen, eine Abnahme machen und dann... Nein, 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 das dürfen die gar nicht. Genau. Das dürfen die auch nicht. So. Wo spielen Angstnippel eine Rolle? Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ich mein, diese Nupsisaufer Fernbedienung heißen an, das sind so Orientierungsdinger, wie bei der Tastatur auch. Ähm. So, dass du hier bei F und bei... Beim J, glaube ich. Ja. Hm. Ich könnte mir vorstellen, dass, dass diese, diese Fußrastendinger da sind, beim Motorrad, wenn du hinten drauf sitzt, wenn du quasi schon panisch den, den, den Motorradfahrer und die, oder die Fahrerin um, um, umarmst und festkrallst, quasi die Rippen brichst, weil du nicht sterben willst und dann hast du da hinten ja sonst nichts, wo du deine Füße hinpacken kannst. Du kannst jetzt nicht auf einer Motorradtour fünf Stunden lang die Füße, was weiß ich, wohin halten. Also ich könnte es zumindest nicht. Ich sag, das sind diese komischen Ablage-Dinger da. Ich nehm A. Bei Motorrädern, da geht, glaube ich, nicht von den Hüten. Das ist, das ist schon vorher im System, Flasagne. Angstnippel sind Stifte, die an den Unterseiten der Fahrerfußrasse aus dem Motorrad angebracht sind. Gerät das Motorrad in einer Kurve in extreme Schieflage, berührt der schräg abstehende Angstnippel als erstes den Fahrerfußrasse voll. Das ist damit gemeint. Okay. Durch Kratzen und Schleifen auf der Fahrbahn vor dem Ausseiten und Stürze zu verhindern. Weil wir haben hier einen E-Roller-Typen, also so einen richtigen Roller, nur als E. und der hat das nicht aufgerannt. Mhm. Jetzt, wo du das sagst, wenn du jeden Tag dran vorbei und dir die Nutzel da mal raushängen. Wir machen weiter. Aber das muss vorher der Händler schon entscheiden, Flasagne. Also ich nehme im Labor. Einmal klappt, einmal ist nicht geklappt. Entscheide, du mal. Jetzt wurde er in die Kratze. Okay. Wird ein Tropfen Spülmittel in Milch geschüttet? A. Fängt die Milch an zu blubbern? B. Bilden sich kleine Würbel? Oder C. bekommt sie eine dünne Haut? Ja, ist das wieder so Prinzip? Milch ist jetzt ein großer Teil, ist Milch ein großer Teil Wasser? Nein, ist Milch. Aber ich könnte mir halt vorstellen, dass dadurch auch wieder was mit der Oberflächenspannung passiert. So wie man das bei, was weiß ich, Fruchtfliegen kennt. Dass man da einen Tropfen Spüli irgendwie in Saft macht oder sowas, damit sich die Oberflächen spannt. Ich nehme einfach mal grob C. Also blubbern würde ich ausschließen. Warum soll die Milch anfangen zu blubbern? Kleine Wirbel. Warum, warum kleine Wirbel? Ist denn nur an dem, also bildet sich denn, beziehungsweise bleibt der Tropfen in dem Ganzen da oben, weil die, die Dichte unterschiedlich ist? Und bildet sich deswegen ein kleiner Wirbel drumherum? D würde ich den nicht mehr trinken. Ja, also ich würde den A.1 nehmen, weil ich, was gibt's denn unter A? Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Sei ruhig. Ich, ich, ich nehme C. Also, Wirbel könnte ich mir auch vorstellen, aber ich nehme C. Okay, ich hätte eine andere Herleitung, aber ich wäre auch bei C. Spülmittel spaltet Fette auf. Und Milch ist ja sehr fett halte ich. Deswegen würde ich sagen, das zieht dann quasi das ganze Fett aus der Milch nach oben und bildet dadurch dann eine Haut. Wäre jetzt mein Gedankengang. Hallöchen Zuckerhut, Philipp. Hallo. Hier sagt C. Hier ist die Antwort, und zwar die richtige. Milch plus Geschirrspülmittel. Ein erstaunlicher Effekt. Oh, wenn die das so machen, dann, oh. ein Tropfen Spüli in die Milch. Dann ist es die Oberflächenspattung. Die Seife bricht die Fettmoleküle auf. Oh, das sieht aber schick aus. Auf der Oberfläche der Milch umher und nehmen die Farbe mit. Dadurch entstehen tatsächlich kleine Strudel und marmorene Muster. Marmorene Muster. Es bleibt bei 0 Euro. Für alle, die wissen, wie man das Wort Marmor verbisiert. Marmorend. Sieht nicht ganz so gut aus für mich, aber das war ja nicht die Frage. Naja, 0 Euro ist 0 Euro, ne? Ja, ich kriege allerspätst 1 Euro und dann gehe ich all in und dann habe ich 2. Mit Glück. ist halt echt so die arme Kuche so ein Quatsch. Ich trinke auch keine Milch mehr. Dann nehme ich tierisch, tierisch. In mexikanischen Großstädten beheimatete Ach komm! Nutzen A Zigarettenstummel zum Schutz vor Parasiten B Gebäckkrümel zum Anlocken von Insekten und Würmern oder C Kaugummis zum Befestigen des Nestes. Ähm Ach komm, ich muss mir Vögel ich muss mir Vögel angucken, ich nehme Y Scheiß drauf. Hätte ich auch gesagt, dass irgendwas ausfüßen oder so. Biologen der Nationaluniversität in Mexiko Stadt haben nachgewiesen, dass in der Stadt lebende Vögel ihre Neste mit Zerettenkippen auspolstern. Dazu zerpflücken sie den Stummel und bauen die Fasern Ich kenne meinen Feind. Je größer das Gewicht der eingebauten Zellulose war, desto weniger Schädlinge fand man in den Nestern. Die Forscher gehen davon aus, dass das Nikotin viele Parasiten abschreckt. Ich weiß gerade, er ist geboren, ist der Vögel der Nikotin abhängig. 500 Euro oben drauf, 1500 sind auf eurem Konto. Äh, Edward. Nächste Kategorie. Ähm Was nehme ich? Ich nehme mal Weltkarte. Ich bin zwar strunzendumm, was Geografie angeht, aber ich nehme mal Weltkarte. Ja, da sind wir uns auch einig. Wie schützen sich Landkartenherstellern vor illegalem Nachdruck? A, sie erfinden Orte und Straßen, B, sie integrieren Wasserzeichen in Höhenlinien oder C, die Grafiker setzen ihren Fingerabdruck ein. Also Orte und Straßen finde ich ziemlich schwachsinnig, weil wenn da irgendeine hinfährt und dann sieht er, okay, die Straße ist gar nicht da, ich fahre da trotzdem mal lang. Finde ich schwierig. Wasserzeichen in Höhenlinien. Haben? Landkarten haben Höhenlinien. Höhenlinien, ja. Wasserzeichen in Höhenlinien, könnte ich mir vorstellen. Wasserzeichen ist ja so ein Dings. Die Grafiker setzen ihren Fingerabdruck ein. Gut, der Fingerabdruck ist einmalig, aber ich würde meinen Fingerabdruck nicht da einsetzen. Oder nehme ich das Publikum? Was sagt der Chat? Soll ich Publikum nehmen? Ohne, dass jetzt irgendeiner die Antwort sagt, soll ich Publikum nehmen, weil ich habe zwei Antwortmöglichkeiten. Haben wir schon wieder Werbung oder haben wir ein krasses Ne, 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 die ignorieren dich alle. Okay. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Nein, ruhig Kai. Soll ich Publikum nehmen? Burger sagt ja, Nuray sagt ja, Fluffy sagt planlos. Ja. Heißt für mich übersetzt Publikum, ich nehme das Publikum. Also ich würde ja an deiner Stelle auf Burgi und Fluffy hören, denn die haben auf dich gesetzt. Ja, ne, warte, ne, ich nehme das Publikum. Ach doch, die haben auf dich gesetzt, weil wegen hier mehr als ein Euro, äh, 0 Euro Gewinn. Also möchtest du Publikum? Ja, bitte. Ich wäre ja tatsächlich bei B mit dem integrierten Wasserzeichen in den Höhenlinien, weil das nicht ganz so gefährlich ist und auch nicht so auffällig ist, weil die Höhenlinien relativ schmal sind. Könnte ich mir vorstellen, dass da irgendein Wasserzeichen drin ist. Wir fragen das Publikum. Möglich. So, wer glaubt denn, die richtige Antwort zu kennen? Stehen Sie ruhig auf. So, wer soll es beantworten? Ah, die Frau bitte. Die sieht aus, als wenn die sich mit Höhenlinien auskennt. Aber die ist doch relativ flachbrüstig unterwegs. Ja, ich rede jetzt nicht von ihrem Covermarken. die richtige Antwort zu wissen? Ja, ich glaube schon. Ich würde sagen, es ist Antwort A. Darüber habe ich eine Doku gesehen. Mhm. Eine Doku über Landkarten? Wo hast du die gesehen? Sympathisch auf A geeinigt. Dann, äh, schauen wir uns das an. Wir haben die Lösung für Sie parat, meine Damen und Herren. Karten bilden scheinbar die Realität ab und zeigen in korrekter Maßstab Landschaften, Flussverläufe und Straßen an. Doch sie zu erstellen bedeutet viel Arbeit und hohe Kosten. Um sich vor illegalen Nachdrucken zu schützen, erfinden Landkartenhersteller daher Straßen und ganze Ortschaften. Beispiele solcher ausgedachten Landschaftseinträge sind die Straße am Kirschgarten in Grafholzheim und Argelton Town in England. Sie sorgen dafür, dass einfache Kartenkopien schnell entlarvt werden. Ist kreativ. Ja, und hätte ich nie eine Nummer genommen. 500 Euro auf euer Konto. Nächste Kategorie für euch. Aber das heißt einfach, wenn ich eine Landkarte oder ähnliches kopieren möchte, dann erfinde ich einfach auch noch eine Stadt dazu und dann habe ich das Copyright umgangen. Ja gut, aber die andere Straße von dem anderen Dunkel ist immer noch da. Ja, ja. Und jetzt spinnen wir dieses Spiel weiter. Es wird einfach nur noch Copy und Pasted. Irgendwann stimmt das gar nicht mehr. Dann hast du 700 Straßen pro Ort mehr. Nee, das Copyright wird natürlich nicht umgangen. Das ist richtig. Aber, ja. Ich weiß, wo du hin willst. Oh ja, moin. La Rananas. Vielen lieben Dank für dein Read und Hallöchen Readers. Na, was habt ihr Schönes gemacht? Was habt ihr Schönes gespielt? Wir sind hier gerade mitten bei Wer wird Million... Nee, Wer wird Millionär, genau. Wer weiß denn sowas? Hehe. Äh, ihr habt Gas Station Simulator wieder gespielt. Sehr gut. Hallöchen Goodie. Ich war schnell zu Bord. So, ich werde einfach mal clever nehmen. Clever. Das ist mit einem normalen Haushaltsmixer möglich. A, Kokosnuss skalpieren, B, Bleistiftspitzen oder C, Rotweinkarafieren. Alter, was haben die für Ideen? Vielen lieben Dank für deinen Follow, Goodie. Ähm, also, Bleistift, also, ich auch nicht. Schocksperrenot. Ich kann kein Gericht kochen beim, beim Kochstream, wo ich irgendwas mixen muss. Ich hab ne Bohrmaschine. Wow, die hab ich auch. Ähm, also, also, ich würde jetzt einfach mal logisch an die ganze Sache reingehen. Ne Kokosnuss skalpieren, alles klar. Dafür hab ich dann mal längste Zeit einen Mixer gehabt. Noch mal eine Info an alle. Ihr dürft gerne im Chat sagen, dass ihr eine Art gehabt, aber bitte nicht die Buchstaben hinschreiben. Ich schau gar nicht in den Chat gerade rein, von daher, mich betrifft das nicht. Ähm, ja, ja, du machst das schon. Bleistiftspitzen fände ich wild. Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Zumal die rotierenden Blätter unten eigentlich immer gerade sind. So, wenn ich einen Rotwein karafieren möchte, karafieren bedeutet beim Rotwein meiner Meinung nach, dass der atmen kann. Wie kann der mehr atmen? Richtig. Ich wübel ihn einfach ganz schnell durch. Es klingt für mich am logischsten. Ja, dann warten wir jetzt noch mal zehn Sekunden, dann kann der Chat noch mal kurz sagen, was er denkt. Ich, ich nehm A, ja. Ja, dann kann der Chat jetzt noch mal sagen, was denkt der Chat. Also unten C, nicht A, ne? Also ich drücke A, um C zu, einzudixen. Hallöchen Dreadlock System. Fluffy sagt B, Kuti sagt A, Nurai sagt C, Kuti sagt C, also ich meine wirklich, also ich meine jetzt wirklich, dass gleich ein Video kommt von wegen, wo ein Wein dekandiert wird und dann wird er da reingeschüttet und dann wird gesagt, hier bla bla, damit der atmen kann und sein Aroma verteilen kann, bla bla, Sulz. Lass uns zingen, wir machen, mach das richtig. Ihr nehmt C. Hier ist die richtige Anfänger. Bei der Geschwindigkeit machst du die Blätter kaputt. Mit dem Haushaltsmixer wird Lebensmitteln Ach, das ist bei denen ein Mixer. Ach so. Und Luft ist das, was der Rotwein Das ist für mich ein Rührgerät. Dann hab ich doch einen Mixer zu Hause. Den hab ich auch rein. Ich wette, jeder hat gerade gedacht, dass er schon klar steht, wo unten die Dinger drin sind. Das ist fies. Selbst wenn ich Haushaltsmixer google, krieg ich Bilder von allem angezeigt. Also zum einen von dem im Video gezeigten als auch normale Mixer. Ja, aber es macht trotzdem einen Unterschied, ob der Mixer ne Klingel drin hat oder ob er zwei so ne Pürierdinger da hat. Das macht einen himmelweiten Unterschied. Ne. Ein Stabmixer ist nochmal was anderes. Ein Stabmixer ist hier dieser dieser Zauberstab der so aussieht wie so ein Ja, Zauberstab. Der einfach wie ein Stab aussieht, der einen Knopf an der Seite hat und den du dann von oben nach unten runter drückst. So, den Mixer den wir jetzt alle meinten ist der Mixer mit einer Glaskaraffe wo du unten die Blätter drin hast die halt auch scharf sind. Und beim Mixer hab ich die ganze Zeit genau, Pürierstab danke Vicky de Pfarr danke Pürierstab das war das Wort was mir nicht eingefallen ist. Ähm Ich nenne das auch Handmixer und Handmixer und für mich Haushaltmixer war für mich das Ding mit dem Haushaltmixer für mich ist das ein Handrührgerät aber okay ähm und beim Mixer denke ich die ganze Zeit an diese scheiß alte Fruitwerbung und dann machen kommen die in den Mixer Entschuldigung Ich hab zu lange keine Werbung mehr geguckt Alles gut Äh Welche Unser Körper Weil um mit meinem Körper irgendwas zu mixen muss ich nur einmal gegen die Wand Hm Ich fühl mich eher als 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 äh Milch denn ich habe auch Fettarme genauso wie Milch Welche Aussage über unsere Haare stimmt tatsächlich Blonde haben die meisten Haare Brünette haben das schnellste Haarwachstum oder Rothaarige verlieben die meisten Warte Fruhai Moment 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 Bevor du jetzt irgendwas sagst ich muss jetzt einmal absolutes Wari hat sich Dinge gemerkt Wissen äh raushauen und ich hoffe ich blamiere mich jetzt nicht Ricky Die Fa Das Die steht normalerweise bei One Piece glaube ich dafür dass man Gottes 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 Töter war oder irgendwas Man hat da irgendwas besonderes gemacht und hat sich dadurch das D verdient Ich kenne mich in One Piece absolut nicht aus möchte ich anmerken aber das ist irgendwo ganz hinten in meinem Kopf von irgendeiner One Piece Diskussion hängen geblieben So jetzt darfst du Ich hab's auch gefragt nicht Mach So Blonde haben die meisten Haare Haben Blonde die meisten Haare? Rothaarige fehlen die meisten Kopfhaare pro Tag Gute Frage Das Publikum hab ich schon verschwendet ne? Hm Aber ich hab ja schon mal ein bisschen Geld das ich setzen kann Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Frage an Nein Das englische D wird nicht wird nicht so ausgesprochen Flösser D Aber das englische D ist genauso ausgesprochen D D Nicht D Blonde haben die meisten Haare Brünette haben das schnellste Haarwachstum Rothaarige verliehen die meisten Kopfhaare pro Tag Äh Haben haben Rothaarige die meisten Haare? Weiß ich nicht Glaub ich nicht Also ich könnte mir Ich hab mir mal Dinge gemerkt Ein bisschen stolz auf mich Für mich hab ich jetzt schon gewonnen Brünette haben Näh Die meisten Kahlköpfigen die ich kenn die haben dunkle Haare Sagen du zwei Kahlköpfe gedacht gerade im Video Ja Sind halt auch dunkle Haare Also die haben schon mal die wenigsten Haare Und einen schnellsten Haarwachstum haben sie auch nicht Wie man sieht Sonst hätten die ja Mehrwachstum da oben Na egal Ich Ich hab keine Ahnung Ich nehme A Weil das Könnte ich nicht Bejahen Und nicht beneihen Ich versuch's einfach Ich nehme A Also ich wär bei B gewesen Z könnte auch sein Aber Müsst nicht Also keine Ahnung So schnell wie meine Haare nachwachsen Wir bekommen auf jeden Fall Spektakuläre Bilder Rund 5 Millionen Haare Hat der Mensch am Körper Hm Abhängig von der Haarfarbe Trägt er davon bis zu 150.000 auf dem Kopf Für die Anzahl und die Farbe Sind die menschlichen Gene verantwortlich Schwarzhaarige und Brünette Tragen mit rund 100.000 Haaren Die dicksten Haare Während Rothaarige hingegen Nur etwa 75.000 bis 90.000 Haare haben Ui Blonde Menschen besitzen im Schnitt Feinere dafür aber auch die meisten Nämlich volle 150.000 Haare Krass Krass Ich hab ne Frage richtig Ich kann halt Zeichen so absolut nicht einschätzen Total genial finde ich super Ich nehm total genial Hallöchen Maverick Orangensaft Salz Eiswürfeln und Gefrierbeuteln Lässt sich in kürzester Zeit Denkt dran Ihr dürft sagen Ihr wisst es auch bitte nicht Freuland B Selbstgemachtes Sorbet herstellen Oder C Eine Batterie aufladen Ich weiß es glaube ich Das müsste das Sorbet sein Du packst den Orangensaft in den Gefrierbeutel Und hast ne Schale mit Wasser, Eiswürfel und Salz Das Wasser streust du Äh das Salz streust du auf die Eiswürfel Dadurch entsteht ne größere Kälte Und dadurch wird der Orangensaft in dem Gefrierbeutel Kristallisiert und gefriert schneller Und dadurch hast du Sorbet Wenn ich mich nicht komplett irre Ergibt Sinn Das ist schon mal völliger Quatsch Wir nehmen B Ja das ist völliger Quatsch Wir nehmen B Ich sag's euch Dieser Kochstream Wird mega Kann nur nicht blamieren Ja aber Salz über die Eiswürfel streuen Die Temperatur sinkt daraufhin in kurzer Zeit ab Danach alles etwa 5 Minuten lang kräftig schütteln Und fertig ist das Sorbet Halbgefrorenes Flasagne Salz Salz Ja aber beim O-Saft dazu Nein Da war Zucker Weil süßer Weil süßer O-Saft Deswegen war ich grad so ein bisschen verwirrt Weil Hä? Äh Ich bin dran Ja komm ich nehm ein Zeichen Okay Also Also Sorbet ist halt halbgefrorenes Ich bin doch am vernünftigsten Alles klar Gute Nacht Lara Nanas Es ist nicht Löh Danke schön für deinen Raid Und morgen einen wunderschönen Freitag Gute Nacht Redlock System Die 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 Gibt es zur ursprünglichen Bedeutung des weltbekannten weiblich Symbols Es handelt sich um den Handspiegel der Venus Es symbolisiert den Apfel aus dem Paradies Oder es zeigt eine Schwangere kurz vor der Entbindung Irgend Oh Gott Irgendwas hatte ich da doch Moment Verbreite Theorie Weltbekannten weiblich Symbol Irgendwas war da Wo hab ich Hab ich das bei den Peets gesehen? Irgendwo hab ich da doch letztens irgendwas Irgendwo hab ich denn letztens irgendwas Das ist halt Das ist halt Der Rüssel guckt schon raus Fluffy Bist du bitte ruhig Könnt ihr euch jetzt mal entscheiden? Ich tendiere zum Apfel Ich weiß nicht warum Ich tendiere da einfach zu Venus würde ich ausschließen Das habe ich nichts mit am Hut Nehm ich B oder C? Ich nehm Ich nehm einfach mal B Keine Ahnung warum Ich nehm einfach B Hast du ne Ahnung? Überleg gerade Also Geburt macht halt wenig Sinn Außer wenn die Junge wird Und der Rüssel schon rausguckt Weil diese Diese Symbole Das weiblich Symbol Ist das nicht der Kreis Mit dem Plus unten drunter Und das Männlich-Zeichen Ist der Kreis Mit dem Pfeil nach oben rechts Ähm Ein Apfel aus dem Auf dem Apfel aus dem Aus dem Paradies Kann ich mir irgendwie Schlecht herleiten Eine Schwangere schließe ich aus Aber es könnte halt wirklich sein Dass das so ein So ein Mittelalter-Ding ist Denn wenn Wenn das dieser Kreis ist Und du hast unten Dieses Kreuz dran Oder Plus Oder was auch immer Dann könnte das wie so ein Ähm Wie so ein Handspiegel halt sein Die hatten doch früher unten Diesen Stiel Und dann oben Diese 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 Glasfläche drauf Ich hab das bei Pfeil nicht gehört Ich glaube der Handspiegel der Venus Wir nehmen A Ja Ja Okay Dann hast du halt A Ich hab jetzt einfach Brain AFK gedacht Das ist meine Frage Ich hätte nach deiner Erklärung Jetzt nämlich auch A genommen Ein bräuchliches Symbol Für die Weiblichkeit Weit verbreitet in der Wissenschaft Ist die Theorie Dass es einen Ursprung In der römischen Mythologie hat Ich hab mir das so schön Ja komm Er wird eh All-In gehen Flasagna Alles gut Chill deine Basis Und schreib das restliche U Wenigstens auch groß Ist halt echt so Narr erst mal schreiben Bevor du hier meckert Ja aber Fluffy Bitte nicht spoilern Schie Bungen Nein, ich muss mir gleich was zu trinken holen. Eine ganz, ganz große Zahl. Ja. Das ist eine ganz, ganz, ganz große Zahl und Gott, irgendein Kind hat das vorgeschlagen für Google und so ein Gedöne. Ja, nein. Bis zum nächsten Mal. Gute Nacht, Goodie. Oder besser gesagt, Goodie Nacht. Dankeschön für den Follow. Mic Drop. So hat sich zum Beispiel eine berühmte Internetsuchmaschine im Bestreben, möglichst viele Internetseiten anzubieten, nach der Zahl benannt. Wow. Ihr habt drei genutztes Wissen. Jetzt kommt gleich von mir noch Auf dein Wohl. Letzte Frage vor der großen Masterfrage vom Finale. Das ist halt echt so, bloß ich die Seite nenne. Im Grünen. Wer beim Wandern im Harz den Buchstaben N auf einem Baum entdeckt. Oh, das hatten wir schon mal. Oh, das hatten wir schon mal. Ja, das ist der Nodistenwanderpfad. Ja, das ist der Nodistenwanderpfad. Macht euch mal auf ältere Herrschaften gefasst. Wir hatten das schon mal und streamen. Okay, da habe ich nicht aufgefasst. Wie so häufig. Da warst du, glaube ich, nicht mal mit dabei. Wir werden das sofort überprüfen. Das Wandergebiet Wippertal in Sachsen-Anhalt ist bei Naturliebhabern sehr beliebt. In der Nähe der Wippertalsperre können aufmerksame Wanderer eine Baumarkierung mit einem aufgemacht... Wie schlecht ist das N bitte reingeschoppt? Wer ein Problem mit Nacktheit hat, sollte spätestens jetzt umkehren. Denn das Wanderzeichen N des Harzer Naturistenstieges markiert den Start des Rundweges, auf dem nackte Wanderer sogar erwünscht sind. Nee, Rucksack nicht von vornherein schon zeigen können. Ich bin ja mal gespannt, wie YouTube da drauf reagieren wird. Also, wir schauen mal ganz kurz auf den Kontostand. Das Team Bergen, 2000 Euro. Das Team Leiden, 3000 Euro für euch. Gleich stelle ich Ihnen die Masterfrage. Alle Fragen, richtig, was kann das sein? Ja. Ich habe halt noch nicht mal meinen Schocker verwendet. Scheiße. Ich weiß gerade mal, wo Weihnachten ist. Ich gehe all in. Ja, warte. So. Äh, warte mal. Äh. Ach, komm. Was soll denn da jetzt? Wir gehen mal. So. ... Betrag ist gesetzt. Volle Konzentration. Hallöchen Freaky. Jetzt kommt die Masterfrage. Oha. Welches ist das einzige Bundesland, in dem der Buß- und B-Tag ein gesetzlicher Feiertag ist? A. Sachsen, B. Baden-Württemberg oder C. Saarland? 20 Sekunden habt ihr Zeit und die Zeit läuft ab jetzt. Oh. Oh. Loll. Saarland? Können ich mir vorstellen? Oh. Baden-Württemberg? Ist neben Bayern. Können ich mir vorstellen. Sachsen auch bei... Keine Ahnung. A. Das ist das Unwahrscheinlichste für mich. Es tut mir leid. Lass mich raten, es ist Saarland. Wir schauen auf die Beträge. Was haben die beiden Teams gesetzt? Olli? Das hat gesetzt. Olli? Ja? Sag jetzt. Nö? So, wir schauen mal, was ihr getippt habt. Das Team Bernhard hat getippt auf Antwort A. Oh Mann. Das Team Elton hat getippt auf Antwort A. Hä? Schauen wir auf die Auflösung. Die richtige Antwort ist... Antwort A. Läu. Das ist das einzige Bundesland, wo die Evangelien, glaube ich, sehr aktiv sind. Okay. Hm. 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 Ich habe am Anfang damit gerechnet, dass da den Bayern steht. Da kam kein Bayern. Ich hatte so Angst, dass da Sachsen, Sachsen-Anhalt und Thüringen kommt. Weil ich wusste, es ist was im Osten. Ach ja. Damit hat... Ich hätte eigentlich am liebsten am Anfang Saarland genommen. Aber ich fand Sachsen so unwahrscheinlich. Also, wird Fuhai mehr als 0 Euro gewinnen? Die Antwort ist... Ja. Oh. Und damit werden jede Menge Kanalpunkte verschoben. Bürger, das war aber Uris Glück. Das hatte null mit Wissen zu tun. Und selbst meine Punkte, die er da, die 500 Euro, die er gekriegt hat, haben ja den Kohl nicht fett gemacht, weil es von vornherein klar war, dass er all in gehen wird. Und damit gehen 22.381 Punkte gehen am Blue Ocean und vier weitere. Ui, so eine Menge. Hm. Und Lou, Fluffy, Bergy und... Ich finde es diesmal auch gar nicht, dass ich noch jemanden habe, weil die Leute haben trotzdem was gekriegt. Ja. Ich habe 404 Punkte gewonnen. Cool. Stark. Das war's. 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 Vielen Dank.